So Freunde und weiter geht's bei Super Luigi Galaxy. Was hätten wir in dir? Was ist das? Ach genau, die Küche steht heute an. Sehr schön. Dann geht Luigi heute was kochen. Uns fehlen nur noch elf Sterne. Das bedeutet nur noch 13 Parts ab jetzt. Und Glückszahl. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Kommt jetzt ganz auf den Stern an. Ich kann mich hier nur an zwei Scheißstern erinnern. Ähm, los geht's. Zeig dir ja, was ist es denn für ein Scheiß? Die Phantom Galaxie. Der größte Scheiß aller Zeiten. Na gut, dann hoffen wir einfach mal. Im letzten Mal haben wir ja übelst gelackt. Da lief's richtig gut. Und äh, ja, jetzt kommen die Lebermünzen im Schweberaum. Wieder eine Zeitmission und wieder mal richtig schwer. Naja, ich bin gespannt. Was mich interessieren würde, wie viel Lila Münzen sind's denn? Insgesamt. Das würde mich interessieren. Wir haben nur eine Minute Zeit. Das ist nicht wunderbar. Also am besten ist es direkt hier außenrum. Und erst so spät wie möglich in die Mitte. Das ist hier der Trick bei der Sache. Nur eine Minute, ey. Ich dachte mir hätten mehr Zeit. Ey, ich bin jetzt recht gut durchgekommen bis jetzt. Aber ich näher mich schon wieder der Mitte. Das könnte dann letztendlich das Problem werden. Und jetzt krieg ich keine Münzen mehr. Hm, geil. Hammer. Ja, Hammer. Ich krieg ja nicht mal die 90 Grad zusammen, ne? Na doch. Ah, und schon aus. Sehr schön. Gut. Ja, wir hätten's fast gehabt. Fast. Ganz knapp. Das ist so eine Mission, da muss man sich halt ganz langsam steigern, wie ihr sehen könnt. Das klappt nie direkt auf Anlieb. Und ansonsten wäre ich ein richtiger Suchtie von dem Game. So, jetzt lief's. Jetzt läuft's doch recht gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt immer Münzen bekomme bei jedem Greifer. Ah, scheiße. Ach, der Stern ist da. Och, ne. Sieben Sekunden schaffe ich nicht. Doch. Ey. Second try. Wie gut. Wie gut. Lack. Einfach nur Lack. Ich hab da keine Strategie. Ich zieh mich einfach irgendwie rum und es klappt einfach. Sehr schön. Dafür, dass die letzten Farben so scheiße, man lief das ja recht gut. Gut, ich hoffe, der Ball hat euch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder bei. Wenn es wieder da ist, Super Luigi Galaxy. Bis dann. Und tschüss. Also, jetzt geht's. Das ist ja, ich höre. Ich bin da. Ich habe da, ich bin da. Ich habe da. Ich bin da.